Hallo und herzlich willkommen bei Happy, Healthy & Confident, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein selbstbestimmtes Leben in deiner Mitte, in einem Körper, in dem du dich rundum wohl und auch zu Hause fühlst. Mein Name ist Lina und ich schenke Leben. Ich bin Online- und Personal Coach für Frauen, die ihre Lifestyle-Ziele erreichen möchten oder auch ihre Essstörung endgültig den Kampf ansagen wollen. Schön, dass du heute hier bist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge. Heute reden wir über ein sehr, sehr spannendes Thema und zwar über meine Perioden-Recovery. Und falls ihr im Hintergrund ab und an mal ein Klopfen hört, es tut mir echt leid, der Tim ist gerade am rumbasteln, aber ich möchte jetzt trotzdem diese Folge aufnehmen und deshalb, wie gesagt, sprechen wir heute über dieses wundervolle Thema. Ich habe es auf Instagram ja bereits erwähnt, dass ich in der Nacht von Weihnachten auf den 25., meine Periode wiederbekommen habe und somit auch meine Weiblichkeit zurückerlangt habe, Leben geschenkt bekommen habe, mein neues Leben. Und heute möchte ich dir erzählen, warum meine Periode so lange ausgeblieben ist. Also ich möchte ein bisschen was über diese sekundäre Amenerö erzählen, über das Ausbleiben der Menstruationsblutung, was ich gemacht habe, dass ich meine Periode wiederbekommen habe, was das für ein steiniger Weg war, was Ärzte und auch Hormonersatztherapien damit zu tun haben. Und ja, dass du so ein paar Dinge auch für dich mit rausziehen kannst, das ist mir ganz wichtig. Und ich hätte gesagt, zu Beginn steige ich nochmal ganz, ganz kurz mit meiner Geschichte ein, weil es einfach irgendwie dazu gehört. Ich bin mit neun Jahren an einer Essstörung erkrankt und das hat sich ewig gezogen. Also ich habe ewig viele Schäden im Endeffekt auch mit rausgezogen aus meiner anorektischen Bulimie. Also ich hatte eine Mischform einer Magersucht gemixt mit einer Bulimie, habe damals schon Herzprobleme bekommen mit der Schilddrüse, ganz, 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 ganz starke Probleme und auch eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert bekommen und zwar eine Hashimoto. Und später, nach meiner Essstörung kann man eigentlich nicht sagen, die Essstörung war immer da. Aber als ich im Normalgewicht war, mit 14, habe ich dann mit dem Kraftsport angefangen, habe dann auch eine Wettkampf-Saison gemacht im Bodybuilding in der Bikini-Fitnessklasse, bin zweifache deutsche Meisterin geworden. Und ich denke, jeder kann sich vorstellen, dass so eine harte Wettkampf-Prep, wo ich dann auch 16 Kilo verloren habe, nachdem ich vorher extrem viel aufgebaut habe, natürlich auch nicht wenig an Fett, weil ich da auch stark mit einer Binge-Eating-Störung zu kämpfen hatte. Also ich habe wirklich teilweise sehr, 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 sehr viel gegessen, regulär schon knapp 4000 Kalorien pro Tag. Mit meinen 1,60 Meter ist es sehr, sehr viel. Und zusätzlich noch wöchentlich Cheat-Days, Minimum wöchentlich. Und dann diese Wettkampf-Prep und danach wieder schön rein in die Bulimie. Das war nicht so ganz meiner Gesundheit zuträglich. Vor allem ist in meiner Wettkampf-Vorbereitung auch ganz, ganz schnell meine Periode ausgeblieben. Ich glaube, ich habe nicht mal zwei Monate, ja, zwei Monate, so lange war es, glaube ich gar nicht. Ich glaube, nach sechs Wochen oder so ist meine Periode schon ausgeblieben, obwohl ich noch im Normalgewicht war. Aber der Körper hat ja gleich gemerkt, okay, Alarm, Alarm, Alarm. Wir geraten wieder in diesen Mangelzustand und wir müssen gegensteuern. Und dieses Ausbleiben der Periode ist dir direkt so ein Anzeichen, dass dein Körper dir signalisieren möchte, dass du dich selber nicht ordentlich versorgen kannst. Also kannst du natürlich auch kein Kind versorgen. Und gerade so diese sexuellen Hormone sind mit die ersten Hormone, die dann so ein bisschen drunter leiden, wo man es dann richtig, richtig merkt. Bei den anderen Sachen, die fallen oft gar nicht so auf. Auch mit der Verdauung, das wird oft so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, ist nicht so wichtig. Oder auch mit dem Immunsystem, wenn man ständig krank wird, ja, ja, geht schon. Aber wenn die Periode dann ausbleibt, dann merkt man als Frau schon, okay, da stimmt was nicht, da stimmt was gewaltig nicht. Und das ist auch gut so, dass unser Körper das macht. Also das macht er auch nicht grundlos. Und du musst dir immer denken, dein Körper will und wollte dir nie, nie, niemals was Böses. Und dein Körper wird niemals gegen dich sein. Aber du erlegst deinem Körper so viel auf und du belastest deinen Körper, vielleicht auch unterbewusst manchmal, ganz doll, sei es mit extrem viel Stress oder Perfektionismus, mit irgendwelchen Zwängern. Und glaub mir, ich kann da ein Lied von singen. Ich kann ein Lied von irgendwelchen Zwängern singen, wo ich mir jetzt mittlerweile denke, warum eigentlich, warum? Warum hast du dir drei Millionen Mal am Tag die Hände waschen müssen? Warum hast du dich immer eklig gefühlt, wenn du das und das nicht gemacht hast? Und so viele Sachen. Also gerade dieses Thema, auch mit dem Perfektionismus, mit dem Leistungsdruck, den man sich häufig auch selber auferlegt. Sei es jetzt in der Schule, beim Lernen oder auf Arbeit, mit irgendwelchen Fortbildungen oder auch Druck nach außen, dass man anderen Personen helfen möchte. Gerade mit Essstörungen in Verbindung steht oft mal so ein kleines Helfer-Syndrom noch mit im Raum. Sei es jetzt, dass man andere irgendwie umsorgen möchte, auch mit gutem Essen. Also dass man backt und kocht oder dass man sich einfach in der Aufgabe dazu sieht, für andere da zu sein, eine Stütze für andere zu sein. Also es ist ganz, ganz, ganz häufig auch noch so, neben dieser Isolation, dass man trotzdem versucht irgendwie, ja, anderen das Leben zu retten. Total verrückt, weil man ja eigentlich selber ein bisschen auf sich gucken sollte. Und wie gesagt, bei mir war das auch. Ich habe dann nach der Wettkampf-Prep auch lange meine Periode nicht mehr gehabt. Mit der Bulimie vor allem dann, mit diesem ganzen Stress, den ich mir da auch wieder gemacht habe, hat mein Körper auch klipp und klar gesagt, nee, das geht nicht. Und irgendwann, ja, so mit der Zeit ist sie dann schon wieder gekommen. Aber ich habe halt weitergemacht und mein Gewicht ist extrem geschwankt immer. Also ich habe abgenommen, zugenommen von 28 Kilo bis 72 Kilo, war wirklich alles mit dabei. Und es war ein Auf und Ab und immer wieder ein Gequäle und mit den Kalorien ganz schrecklich. Und ich habe eigentlich mein Leben lang Kalorien gezählt, bis ich dann im Oktober 21 herzkrank geworden bin. Also erst im Februar 21 meine ersten Nierenprobleme bekommen habe, wahrscheinlich auch Folgen auch von der Essstörung. Dann meine Herzerkrankung, also eine Perimiokarditis, Wasser am Herz und eine Herzmuskelentzündung habe ich da bekommen und mittlerweile auch Herzrhythmusstörungen. Und da hieß es dann erst mal, ja, sie dürfen keinen Sport mehr machen. Und mit der Zeit ist da immer mehr rausgekommen. Ich habe mich dann auch sehr, sehr stark in das Thema reingekniet, dass ich mir gesagt habe, okay, ich möchte wissen, was in meinem Körper vorgeht, warum ich meine Tage nicht habe. Das kann nicht sein, dass es jetzt immer noch von der Niere irgendwie ist, dass es so viel durcheinandergebracht hat. Ich hatte auch eine Blutvergiftung und irgendwann, ja, mir kam das einfach komisch vor. Und dann habe ich mich wirklich richtig reingehacken, bin zu Endokrinologen gegangen, zu Hausärzten, zu Nuklearmedizin, anwegs der Schilddrüse auch, zu ganz, 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 ganz vielen Fachärzten. Und habe mir immer wieder Hormonwerte abnehmen lassen, habe mich irgendwelchen Tests unterziehen, untergezogen. Und ja, ich habe einfach alles mitgemacht, was die gesagt haben. Aber teilweise kamen mir Sachen einfach komisch vor. Dasselbe bei meinem Hausarzt. Der hat Schilddrüsenwerte abgenommen und wollte meine Medikamentation verändern. Und dann irgendwie habe ich mir gedacht, das kann nicht sein. Also klar, mein TSH sieht so und so aus. Aber das FT4 und das FT3, also es sind jetzt drei Schilddrüsenhormone, von denen ich rede oder drei Schilddrüsenwerte, von denen ich rede. Das passt irgendwie nicht so ganz zusammen zu dem, was er sagt. Weil ich habe mich zu dem Zeitpunkt auch schon relativ gut ausgekannt, muss ich sagen. Und entsprechend habe ich ihn angerufen und gesagt, hey, Herr Doktor, ich habe so ein bisschen recherchiert. Könnte das nicht sein, dass ich gar keine Hashimoto habe, sondern vielleicht was anderes? Und zwar eine sekundäre Hypotheriose. Und dann war es erst mal so, hm, ja gut, warten Sie mal. Halbe Stunde später hat er mich wieder angerufen und hat gesagt, ja, tatsächlich. Ich denke, Sie haben recht. Und ich wurde dann auch zum Endokrinologen geschickt direkt, weil gerade auch in Verbindung mit meiner Herzproblematik war das ein bisschen gruselig. Also war sehr, 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 sehr komisch. Und wir wollten da einfach Gewissheit haben. Und beim Endokrinologen stand dann erst mal Verdacht auf einen Hirntumor. Das wurde Gott sei Dank widerlegt. Da hätte ich gar keine Lust drauf gehabt. Aber auch diese Endokrinologin. Ich habe mich nicht wirklich ernst gefühlt genommen, beziehungsweise ernst gefühlt oder ernst genommen eigentlich anfangs schon. Aber auch meine Blutbilder, meine Blutbilder im Vergleich und meine Geschichte dazu, das war für mich nicht schlüssig, was die mir da erzählen wollte und was die mit mir machen wollte. Und irgendwann hieß es dann halt einfach, ja gut, wir müssen eine Hormonersatztherapie anfangen. Sie werden nie wieder einen natürlichen Zyklus bekommen. Und auch Kinder werden sie nie bekommen wollen. Und zu mir wurde gesagt, dieses Zentrum, in dem ich da war, das ist super, super kompetente Ärzte sind. Und ich habe mich sogar bei einer Uniklinik, bei so einem Bundeswehrkrankenhaus oder irgendwie sowas, also eine ganz, 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 ganz tolle Klinik, habe ich mich auch noch gemeldet. Und die hatten auch gemeint, ja das Zentrum, wo sie sind, das ist wunderbar und super, immer gute Arbeit, nur positive Sachen. Und bei mir dann so komisches. Also ich habe da wirklich, ich wusste selber nicht mehr weiter. Und ich habe mir dann gedacht, ja gut, komm, probier es, vertraue den Ärzten. Und dann habe ich gesagt, gut, ich kann nicht mehr und wir müssen was machen. Und wenn ich keine Kinder kriegen kann, dann ist es so. Und wenn ich nie wieder einen Zyklus haben kann, dann bin ich selber schuld, weil ich habe mir alles selber kaputt gemacht. Und das nehme ich so hin. Und ja, das ist einfach meine Quittung dafür. Und ich hatte es echt so hingenommen. Ich kann es immer noch nicht glauben, wirklich. Ich habe dann diese Medikamente geholt für meine Hormonersatztherapie. Das waren Östrogen- und Progesteron-Präparate, also weibliche Sexualhormone, quasi in Kapselform und in Gelform. Die eine habe ich mir vaginal einführen müssen und die andere habe ich mir auf die Haut aufgetragen, ganz normal. Und nicht mal einen Monat später, also so nach drei Wochen oder so, habe ich da meine Periode bekommen. Und ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist was anders und das ist nicht so ganz richtig. Aber ja, es ist meine erste Periode nach so langer Zeit. Okay, nimm es einfach mal hin. Und zu der Zeit, ich habe bis dato ja aufgehört, Kalorien zu zählen, nachdem ich herzkrank geworden bin und auch Sport habe ich gar keinen mehr gemacht zu dieser Zeit. Ganz, 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 ganz sporadisch, ab und an mal ein bisschen, habe mich wirklich auf mich konzentriert und zusätzlich eben diese Hormonersatztherapie. Und ich hatte dann 14 Tage lang meine Tage. 14 Tage lang extrem doll meine Tage. Ich war blass. Ich muss keine Ahnung wie viel Blut verloren haben. Also wirklich extrem. Mir ging es richtig, richtig schlecht. Und ich hatte so Unterleibsschmerzen wie noch nie in meinem Leben. Also das war einfach nicht richtig. Das hat sich nicht gut angefühlt. Und ich habe mit denen dann rumtelefoniert. Und dann hieß es ständig, ja gut, dann setzen sie die Sachen mal ab. Einen Monat, wenn sie nach einem Monat ihre Periode nicht haben, melden sie sich wieder. Und das war ein Hin und Her. Ich sage es euch. Und irgendwann habe ich dann gesagt, gut, ich lasse den Fria da jetzt stehen. Gehe zum Arzt, lasse noch mal ein Hormonbild machen. Mein Hausarzt ist ein Engel und habe mir natürlich alle Werte, die ich gewollt habe, abgenommen. Ich habe das komplett auf eigene Faust gemacht. Ich kenne mich einfach mit dem Thema Blutwerte aus. Ich weiß, was bei mir wichtig ist. Ich weiß, wie sich es entwickelt hat die letzte Zeit. Und insgesamt, was ich auch in Relation zueinander sehen muss. Und wie sich alles zueinander verhält. Was ich machen kann, dass ich da Einfluss drauf nehmen kann. Und entsprechend habe ich ein Hormonbild machen lassen. Das war natürlich miserabel. Wirklich miser, 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 miserabel. Und dann habe ich gesagt, ich stelle jetzt einiges um. Und das habe ich gemacht. Ich habe meine Ernährung noch mal verändert. Habe meinen Schlaf-Wach-Rhythmus verändert. Beziehungsweise habe da drauf geguckt und das ein bisschen priorisiert, dass ich auch schaue, was mache ich dann, wenn ich morgens aufstehe, um dieses Cortisol, das ist ein Stresshormon, um das nicht noch mehr in die Höhe zu treiben, sondern dem dann auch die Chance zu geben, im Tagesverlauf abzusingen. Weil viele stehen morgens auf, trinken direkt mal einen schwarzen Kaffee. Wenn du deiner Hormongesundheit was Gutes tun möchtest, dann lass das schon mal sein. Das kann ich dir sagen. Direkt erst mal ein Tipp rausgedroppt. Aber das gehört zu einer hormonfreundlichen Ernährung einfach dazu. Genauso wie das Thema Fasten. Lass es sein, wenn du Probleme mit deinen Hormonen hast. Und wenn es nicht unbedingt sein muss. Also kann ich gar nicht empfehlen. Habe ich auch lange Zeit gemacht. Intervallfasten und keine Ahnung was. Aber hier kann ich dir eigentlich nur von abraten. Steh morgens auf, frühstücke, trink erst in den Mittagsstunden vielleicht das erste Käffchen. Mach auch gerne mal einen kompletten Koffeinentzug und schau, wie sich das für dich anfühlt. Aber wie gesagt, sowas kann ich nur empfehlen. Und insgesamt seine Morgenroutine, seine Abendroutine, das mal ein bisschen zu überdenken. Und da ein bisschen dran zu arbeiten, an seinen Alltagsgewohnheiten auch zu arbeiten. Und überhaupt erst mal Routinen zu etablieren, das ist mega, mega, mega wichtig. Und gerade das Thema Ziele, falls du da noch ein bisschen Probleme hast. Ich habe eine Masterclass rausgebracht. Die halten wir jetzt am 8. Januar live. Und dann wird die Aufzeichnung natürlich weiter zur Verfügung gestellt werden. Die kann man dann auch noch erwerben. Real Reflections heißt die Masterclass. Und wenn du dich mit dem Thema Ziele, Mindset, Glaubenssätze und Co. ein bisschen besser auseinandersetzen möchtest, schau hier gerne mal in die Beschreibung. Ich packe dir da auf jeden Fall den Link rein. Dann hast du da mal noch ein paar Infos zu. Aber jetzt weiter zu diesem Thema hier. Wie gesagt, ich habe da viel an meinen Routinen gearbeitet. Und ich habe auch geschaut, dass ich mal was mache, was meine weibliche Energie stärkt. Also raus aus diesem Machen, raus aus diesem Sein, raus aus diesem Leistungsdenken und rein in das Sein. Nicht raus aus dem Sein. Was rede ich denn jetzt? Raus aus diesem Machen und raus aus diesem Ich-muss-ich-muss-ich-muss. Raus aus diesem Leistungsdenken und auch mal loslassen von irgendwelchen Zielen. Insgesamt mal ein bisschen loslassen und einfach sein. So stimmt es. Einfach mal ein bisschen bei mir sein. Ich habe dann Sachen angefangen wie zum Beispiel Yoga. Also wirklich sanfte Bewegungen mit integriert. Ich habe angefangen Tagebuch zu schreien. Das klingt mega komisch. Ich weiß. Aber journaling ist etwas, was mir so, 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 so arg geholfen hat. Weil ich einfach den Zugang zu mir selber auch wieder gefunden habe. Kann ich dir nur ans Herz legen. Setz dich da mal ran. Probier das mal. Schreib mir gern auch, wenn du ein paar Tipps möchtest. Super tolle Sache, um seine weibliche Energie auch ein bisschen zu stärken. Oder einfach mal Musik aufdrehen und tanzen. Und ich muss sagen, was ich gern mache, wenn ich unter der Dusche stehe. Und dann auch nackt bin. Also wirklich einfach mal bei mir bin. Komplett nackt. Musik an und ein bisschen tanzen. Und mir tut es so gut. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Aber es ist einfach toll, wenn man sich wohl in seinem Körper fühlt. Und da ein bisschen zu sich findet. Und genau. Also einmal Routinen entwickeln. Deine Weiblichkeit wieder ein bisschen neu entdecken und finden. Auch Thema Selbstbefriedigung ist ein großer Punkt. Ganz, ganz wundervoller Punkt. Und die wundervollste Art der Selbstliebe kann ich dir auch nur ans Herz legen. Punkt drei ist natürlich insgesamt die Ernährung. Dass ich mal gucke, wie stelle ich meine Mahlzeiten zusammen. Esse ich genug Fette? Das wird oftmals vernachlässigt. Und das ist gar nicht mal so cool. Aber auch das Thema Kohlenhydrate ist wichtig. Gerade wenn es ums Thema Stress und auch diese Stresshormone eben geht. Dass man damit besser umgehen kann. Dass der Körper auch das alles so ein bisschen besser steuern kann. Also deine Ernährung solltest du dir auf jeden Fall einmal angucken. Auch ob du genug isst. Weil das ist auch oft ein Punkt. Befindest du dich ständig in einem Kaloriendefizit. Also isst du viel zu wenig. Ist vielleicht ganz, 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 ganz viel Gemüse. Aber sonst nichts wirklich Nahrhaftes. Das wird dich nicht weiterbringen. Und das schadet dir im Endeffekt mehr, als es dir gut tut. Und deshalb wirklich achte da auch auf dich. Und zum vierten Punkt. Das ist das Thema Sport. Bewegung. Kraftsport ist eine geile Sache. Kraftsport ist super toll. Und auch mal Ausdauertraining machen. Ein bisschen Cardio machen. Das ist super. Aber gerade wenn du sagst, du hast Probleme. Und deine Periode bleibt aus. Bleibt seit einer längeren Zeit aus. Du leidest unter einer sekundären Aminorö. Dann achte mal wirklich drauf, welche Bewegungen du ausführst. Machst du nur diese ganzen männlichen Dinge, sage ich jetzt mal. Also lebst du da wirklich deine Männlichkeit aus. Im Kraftsport zum Beispiel. Oder achtest du auch auf einen gewissen Ausgleich, dass du neben diesem Stress, neben diesem Auspowern auch ein bisschen was hast, wo du Energie tankst. Wie zum Beispiel Yoga. Das ist ganz wichtig, dass du da mal ein bisschen drauf guckst und auch insgesamt vielleicht dein Trainingspensum reduzierst. Ich habe mit der Zeit, während ich diese Hormonersatztherapie abgesetzt habe und während ich gesagt habe, ich schaue, dass ich das selber mehr in die Hand nehme. Meine Blutbilder noch ein bisschen besser analysiere und mich noch mehr mit dem Thema auseinandersetze. Wirklich beste Entscheidungen, die ich hätte machen können. Und ich habe schon so vielen Frauen dabei geholfen, ihre Periode wiederzubekommen. Dann dachte ich mir, Lina, mach das doch einfach, wie du das bei deinen Frauen machst. Also total hirnrissig, dass ich das nicht vorher schon mal bedacht habe. Aber ich habe da einfach wirklich den Ärzten vertraut und habe mir gedacht, ja gut, bei dir ist eh zu spät und du bist selber schuld. Aber nein, es ist nicht zu spät. Aber jetzt nochmal auf das Thema Sport. Ich bin da auch langsam wieder eingestiegen und ich bin jetzt mittlerweile dabei, zwei bis dreimal die Woche Sport zu machen. Und damit fahre ich wirklich super gut. Das tut meinem Körper gut, das tut mir gut. Das ist nicht zu viel, das ist nicht zu wenig. Und ich merke einfach, dass sich meine Hormone drüber freuen. Also ganz, ganz wundervoll und dass ich auch Fortschritte mache. Dass es mir vom Kopf her gut tut und auch körperlich gut tut. Und ein weiterer Punkt ist das Thema Heilpflanzen. Ich habe auch mit Heilpflanzen gearbeitet und habe hier sehr viel gemacht. Hier möchte ich aber in dieser Podcast-Folge jetzt, da kann ich gerne nochmal genauer drauf eingehen, keine Empfehlungen aussprechen. Weil man immer gucken muss, in welcher Zyklushälfte befindet man sich, welche Pflanze wirkt wie. Es gibt Pflanzen, die haben eher eine progesteronartige Wirkung, andere eher eine östrogenartige Wirkung. Bei manchen muss man dann das Prolaktin noch so ein bisschen im Auge behalten. Also ich werfe hier jetzt mit Hormonbegriffen um mich. Ist auch gar nicht so wichtig. Ich möchte dir eigentlich nur sagen, dass du wirklich anhand deines Hormonbilds gucken musst. Und auch anhand, in welchem Bereich du dich aktuell befindest. In welcher Zyklushälfte du dich aktuell befindest. Mit welchen Pflanzen du arbeiten kannst. Es gibt eine Sache, die kann ich jedem empfehlen. Das ist Frauenmantel. Frauenmantel, das ist wirklich so der Alleskönner, Allrounder, ganz, 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 ganz tolle Sache. Also das kannst du gerne mal ausprobieren oder dich da mal ein bisschen einlesen. Aber zu den ganzen anderen Sachen, da mache ich gerne nochmal gesondert was dazu. Und auch damit habe ich gearbeitet. Also nochmal so grob zum Zusammenfassen. Wenn ich es jetzt nochmal zusammenbringe, das ist eine sehr intuitive Podcast-Folge mal wieder. Schau, dass du dir gewisse Routinen entwickelst, gewisse Routinen etablierst und auf deinen Tag-Nacht-Rhythmus auch ein bisschen besser achtest. Schau dir das Thema der Ernährung an. Stärke deine weibliche Energie und auch Thema Sport. Schau mal, wie viel Sport mache ich aktuell. Reduziere das vielleicht ein bisschen. Auch in Verbindung mit der Ernährung isst ein bisschen mehr. Und mach auch mal Dinge, die jetzt vielleicht nicht Kraftsport sind, sondern vielleicht wirklich mal Yoga oder einfach mal ein bisschen tanzen oder so. Und auch die Routinen, Morgenroutine, Abendroutine, super wichtig. Such dir da auch gewisse Ausgleiche, setze aktiv. Ja, setze dir Zeiten für deine Pausen. Das ist auch eine mega, mega tolle Sache, um da mal wirklich zu sagen, hey, ich achte jetzt mal auf mich. Ich komme jetzt mal bei mir an und bin da einfach mal bei mir. Und zu meinem aller, allerletzten Punkt, hol dir Hilfe. Wenn du wirklich was verändern möchtest, such dir wirklich einen Arzt oder einen Coach oder einen Therapeuten oder alles zusammen am besten, um das auch besser zu verstehen. Und geh auch regelmäßig zum Blutbild machen. Ich war jetzt letztens auch wieder um meine Hormonwerte. Ich habe mich so gefreut. Mein Progesteron war noch ein bisschen, naja, auf der Kippe, aber das lag einfach an meinem Stress aktuell. Aber mein Hormonbild, das ist wunderbar. Also wirklich so, 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 so toll. Und das in so kurzer Zeit, weil ich einfach mal gemacht habe, was ich bei meinen Mädels auch mache. Und weil ich einfach weiß, wie man da in die Umsetzung kommt und was man verändern kann. Und ich bin so froh, dass ich mir da jetzt auch mal selber vertraut habe. Ich habe mich quasi selber gecoacht und es war mal wieder ein voller Erfolg. Und ja, das möchte ich dir einfach nur mit auf den Weg gehen. Also achte da wirklich auf dich, setze dich mit diesen Themen auseinander, lass regelmäßig auch ein Blutbild machen und hol dir Unterstützung, wenn du da Unterstützung brauchst. Und da stehe ich dir natürlich auch super, super gern zur Seite. Ich stehe dir da super gern zur Verfügung. Auch falls irgendwie Fragen da sind, darfst du die mir natürlich super gerne stellen. Und ich denke, das war es jetzt auch schon so grob zu meiner Geschichte. Wie gesagt, am 25.12. habe auch ich meine Periode ganz natürlich wiederbekommen. Und das hat mir einfach gezeigt, dass ich nicht auf alles hören muss, was mir gesagt wird, auch von Ärzten. Dass es gut ist, dass ich selber immer hinterfrage, dass es gut ist, dass ich mich so gut mit diesen Themen auskenne, dass ich mich da so, so viel weiterbilde und immer auf dem Laufenden auch bleibe. Und dass ich auch mal mir vertrauen darf. Und das, was ich meinen Mädels auch sage und woran ich mit meinen Mädels arbeite, mit Ernährung, Sport, Routinen, Schlaf, Wachrhythmus, Pflanzen und auch den Blutbildern, dass ich das auch bei mir machen kann. Und dass einfach insgesamt das große Ganze wirklich von Bedeutung ist. Und das möchte ich dir hiermit auf den Weg geben. Und auch wenn du denkst, der Weg ist aussichtslos, glaub mir, das ist er nicht. Und da ist eine Chance. Es kostet viel, viel Kraft und auch viel Mut, da so ins Vertrauen zu gehen und so ein bisschen zu seiner Intuition zurückzufinden. Aber es gibt nichts auf der Welt, wirklich absolut gar nichts, was sich mehr lohnt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie magisch sich das für mich angefühlt hat. In der Nacht von Weihnachten auf den 25. Dezember. In dem Tag hat übrigens meine verstorbene Umi auch Geburtstag. Und es war die erste spirituelle Rauhnacht. Und auch das erste Jahr, in dem ich mich mit diesem Thema überhaupt ein bisschen auseinandergesetzt habe. Indem ich meine Periode wiederbekommen habe. Und entsprechend auch meine Weiblichkeit. Und es war so ein schönes Gefühl. Und so, so toll zu sehen, dass mein Zyklus keine 14 Tage lang gehen muss. Oder meine Periode keine 14 Tage lang gehen muss. Sondern, dass vier Tage vollkommen ausreichend sind. Oder fünf. Und dass mein Körper damit gut zurechtkommt. Und es waren jetzt tatsächlich fünf Tage. Und mein Zyklus, meine Periode verlief wunderbar. Leichte Unterleibsschmerzen. Ganz, ganz normal, wie ich das auch von früher gewohnt war. Und es hat sich gut angefühlt. Es hat sich gut angefühlt und nicht unangenehm. Und genauso hat sich das richtig angefühlt. Und ich könnte heulen vor Freude. Und das wünsche ich mir für jede Frau auf dieser Welt. Du bist es wert. Und dein Körper, der war niemals gegen dich. Und jetzt ist es Zeit, dass du deinem Körper endlich mal was zurückgibst. Und all das, was du ihm diese ganzen Jahre verwehrt hast. Du kannst dir vorstellen, du musst es mit Zinsen zurückzahlen. Also du musst doppelt und dreifach so viel geben. Aber es wird sich lohnen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Morgen, Tag, Abend, was auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.